Hallo und herzlich willkommen zum Rhinio Gnata Special. Ich glaube wir haben schon mal drüber gesprochen, das Tier ist schon ziemlich lange angekündigt. Jetzt ist es aber bald soweit und es soll dann kommen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist das das letzte Tier, was für das altbekannte Ark erscheinen wird. Das nächste Tier wird dann erst im neuen Ark Ascended, also der Unreal Engine 5 Version von Ark, erscheinen. Das heißt, das ist quasi wirklich das letzte Tier, was in unserem altbekannten schönen Ark hier dazukommen wird. Und ja, ich würde es mal so zusammenfassen, ihr habt es wahrscheinlich schon so ähnlich im Titel gelesen, Ark bekommt einen Kampfhubschrauber. Denn das ist ungefähr das, was diese Rhinio Gnatas dann wohl sein werden. Einfach quasi biologische Kampfhubschrauber. Wir hatten vor einiger Zeit hier diesen Community Crunch, wo die schon vorgestellt wurden. Wir haben jetzt auch noch weitere Informationen, aber wir gucken trotzdem erstmal ganz kurz hier rein und lesen uns das durch. Das ist das Creature Dossier zur Rhinio Gnata. Das ist also ein riesiges Monster-Insekt, was fliegen kann und man kann die zähmen. Ja, also was das bedeuten soll, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich glaube, die können dann Tiere tragen möglicherweise. Kann ich auch nicht genau sagen, was das Icon bedeutet. Das hier ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Die können irgendwie mit so Schleim Tiere immobilisieren. Wie genau das funktioniert, müssen wir dann auch noch sehen. Da haben wir aber auch schon ein paar Informationen hinzu, hier unten im Text. Und das, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das bedeuten soll. Möglicherweise hängt es dann mit der Fortpflanzung zusammen. Das ist auch ganz spannend bei den Tieren. Also die Rhinio Gnata Antiqua Genitor, heißen die Dinger, die könnten aus einem Horrorfilm stammen. Und die haben so ein komisches, schnell härtendes Resin, also so ein Harz, mit dem man alle möglichen Sachen machen kann. Zum Beispiel eben scheinbar Dinos irgendwie einschleimen, sodass die sich nicht mehr bewegen können. Und dieses Harz können die wohl auch für andere Dinge verwenden. Zum Beispiel können die irgendwie dann auch Dinge an sich festkleben quasi. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Also die benutzen wohl nicht ihre Beine, um Tiere hochzuheben, sondern die kleben die Tiere quasi an ihren Bauch oder so fest. Und die können auch Strukturen transportieren. Also die können nicht nur Tiere, sondern beispielsweise auch große Tresore transportieren. Das sehen wir gleich noch. Da gibt es nämlich ein richtig cooles Video schon zu den Rhinio Gnatas. Und das Video verrät auch so ein paar weitere Details zu dem Tier, die hier nicht mit im Text standen und die aus dem Dossier jetzt auch erstmal nicht so raus hervorgingen. Was wir aber schon ziemlich genau wissen, ist, wie die Tiere sich fortpflanzen. Und zwar legen die Weibchen die Eier wohl im Regelfall in den Männchen. Also das heißt, die Männchen sterben dann in dem Zuge. Das muss aber wohl nicht sein, sondern man kann wohl auch das Pheromon von den Männchen, die haben so ein Pheromon, das kann man wohl einsammeln und dann auf andere Dinos draufpacken. Und dann können die Weibchen ihre Eier auch irgendwie in andere Dinos reinlegen. Auf jeden Fall brauchen die einen Host, wo sie die Eier reinlegen können und daraus schlüpft dann quasi das neue Tier. Also das ist da eine Riesensauerei jedes Mal, ähnlich wie bei den Reapern. Nur, dass es da nicht euch selbst erwischt, also einen Menschen, sondern eben einen eurer Dinos, den ihr da opfern müsst. Man kann aber die Dinos retten, wenn da irgendwie unfreiwillig so ein Ei reingelegt wurde und ihr den Dino noch behalten wollt, dann könnt ihr den in den Cryopod packen und dann wird die Larve quasi rausgefroren und dann überlebt euer Dino. Also man kann die dann zum Glück noch irgendwie retten, wenn die infiziert sind. Gut. Ja, wir können nochmal in das Dossier reinschauen, ob da irgendwas Spannendes drinsteht, was wir noch nicht wissen. Das ist also nur nochmal der Text, den wir schon kennen quasi. Hier sieht man so ein bisschen die Größe. Also die sind quasi dreimal so groß wie ein Mensch. Die sind an die sechs Meter hoch dann wohl. Also nicht gerade klein. Und hier schlüpfen gerade die Larven. Hier sieht man das jetzt einigermaßen. Wenn es vergrößert ist. Ich denke, das hier sind die kleinen Rhyniognata-Larven. Da schlüpfen gleich drei auf einmal. Okay. Möglicherweise gibt es da dann öfter mal Drillinge. Mal schauen. Gut. Das ist jetzt der ältere Post, den wir schon kennen. Jetzt gibt es aber auch ein Video zu den Tieren. Das ist jetzt der neueste Post. Da ist nochmal ein richtig cooles Bild zu den Rhyniognatas. Man sieht, die haben scheinbar auch mehrere Sitzplätze. Das wussten wir auch noch nicht. Also mindestens zwei Sitzplätze. Der hintere Passagier kann da wohl auch runterschießen. Ich glaube, sie hat eine Armbrust in der Hand oder sowas. Sieht zumindest so aus. Und der sieht ein bisschen so aus, als würde der gerade einen T-Rex tragen. Das wäre natürlich schon heftig. Es gibt bis jetzt, können nur Quetzis T-Rexe tragen, auf dem Rücken. Ich weiß zwar gar nicht, ob das noch geht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht mehr. Ich glaube, die können ja auf dem Rücken stehen. Oder dann können die Quetzis nicht mehr abheben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder man muss es in den Konflikts freischalten. Ich glaube, das geht nicht mehr. Korrigiert mich gerne, wenn ihr es besser wisst. Da hat sich über die Zeit schon wieder so viel getan. Und hier steht es auch nochmal mit drin, mit diesem Harz. Das ist irgendwie auch gut, um große Objekte rumzutragen, durch die Gegend zu schleppen. Und möglicherweise auch T-Rexe. Wir schauen. Wir schauen jetzt mal gemeinsam in das Renew Gnata Spotlight-Video rein. Ich lasse es einmal durchlaufen. Und danach können wir mal so ein bisschen analysieren, was wir eigentlich gesehen haben. Aber da gibt es noch so ein paar Dinge, die jetzt aus den Texten und dem Dossier nicht so hervorgingen. Ich lasse es noch nicht. Das war's für heute. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt's, glaube ich, jetzt einiges, worüber man da sprechen muss. Das erste war mal, die Dinger klingen tatsächlich wie ein Helikopter und die schießen auch wie ein Kampfhubschrauber. Und das Witzige ist, das ist noch nicht mal irgendwie so eine Tech-Fähigkeit, sondern das ist scheinbar alles biologisch. Die können so komische Projektile schießen und die können aus der Luft Eier in Tiere legen. Wir haben das an dem Trike gesehen. Im Flug hat diese Rhinogenata ein Ei in dieses Trike gelegt und aus dem Trike ist dann halt ein Jungtier geschlüpft, das dann zehnbar war natürlich. Und die sind auch als Jungtiere schon groß, sag ich mal. Nummer zwei, drei, wo auch immer wir jetzt gerade sind, die können scheinbar auf dem Wasser laufen, haben wir gerade gesehen. Und nicht nur das, die können auch tauchen. Und damit sind es, glaube ich, sind es die einzigen Flieger, die tauchen können? Ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen Flugtiere, die tauchen können. Es gibt so ein paar andere Mischungen, zum Beispiel auch die Katzen, die Shadow Mains, die sind ja im Wasser mindestens genauso gut wie an Land. Also gute Mischung. Aber das sind, glaube ich, die ersten wirklichen Flugtiere, die auch unter Wasser ganz gut unterwegs sind. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Dann haben wir hier gesehen, die können auch Tresore tragen und andere Dinge. Was hat der gerade hochgehoben? Das müssen wir uns nochmal anschauen, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Hat der so eine riesige Plattform? Nein. Was hat der denn da hochgehoben? Also er hat den Tresor angeliefert und so eine Palette mitgenommen. Okay. Die Paletten, okay, Dinos können sie auch tragen. Die Paletten habe ich noch nie gesehen. Müssen wir mal rausfinden, was das für eine Palette war. Ob die irgendwie so Transportpaletten haben, die sie dann durch die Gegend tragen. Wie ein Transporthubschrauber. Da sehen wir jetzt einen Kanu-Rudel anstürmen. Und okay. Das Tier hat auch noch einen Vier. Das heißt, wir können auch noch Gegner irgendwie wegführen. Ähnlich wie das auch die Jury-Tyrannos können. Und ja, genau. Also wir können aus der Luft schießen wie ein Kampfhubschrauber, haben wir schon gesehen. Der hier ist irgendwie eingefrostet oder was? Das ist auch komisch. Das konnte ich jetzt auch nicht so recht deuten, ob der irgendwie eingeschleimt oder was ist. Das muss ja irgendwie so eine Fähigkeit sein der Tiere selbst. Ich weiß nicht, was das gerade war. Das müssen wir dann noch rausfinden. Das sah gerade ganz interessant aus. Wir können mal kurz zurück. Genau. Wurde angeschossen und ist jetzt so komisch mit so einem grauen Zeug beschmiert. Möglicherweise irgendwie ein Panzer aus Schleim oder was. Das müssen wir dann noch rausfinden, was das genau bedeutet. Und der infiziert jetzt hier. Na, der infiziert nicht, sondern der schleimt den Rex ein mit diesem Harz. Und dann trägt er den Rex einfach weg. Also ich glaube, der Rex kann sich jetzt nicht verteidigen. Da fliegt er der Sonne entgegen, weil der ja mit diesem Harz eingeschmiert ist. Und ist dementsprechend auch nicht gefährlich. Und dann kann man ihn halt einfach weg transportieren. Und das sind dann die ersten Tiere, die auch problemlos mal so einen Rex durch die Gegend tragen können. Das ist natürlich auch richtig krass. Also was soll man sagen? Rundum OP, so wie sich das gehört. Stärker als alle anderen Tiere, die vorher irgendwie rausgekommen sind. Ich bin gespannt, wie die kampftechnisch sind. Wie die Kampffähigkeiten sind. Wie schlagkräftig die sind. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so relevant ist. Weil man kann ja sowieso wie ein Kampfhubschrauber aus der Luft auf die ganzen Tiere schießen. Das heißt, da hat man alle Zeit der Welt, um auch mal ein Giga oder sowas zu zerlegen. Kommt da nur darauf an, wie lange das dauert. Wie viel Schaden die halt wirklich machen. Ja, also richtig krasse Viecher. Ich freue mich drauf, die anzutesten. Total witzig mit der Fortpflanzung. Ich bin gespannt, wie man die Tiere dann zähmt. Vielleicht sind das irgendwie passive Tames. Und das wird richtig spannend. Man muss sich von denen irgendwie packen lassen. Und keine Ahnung was. Da wird den Entwicklern schon was einfallen. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als könnten die ein ganz guter Archie-Ersatz werden. Die Archies wurden ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit ganz gut gebufft. Und sind damit auch wieder sehr gute Allrounder geworden. Aber ich glaube, die kriegen jetzt auch wieder richtig gute Konkurrenz. Schauen wir mal. Ich bin super gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Viech haltet. Ich bin auch sehr gespannt, wann das jetzt endlich erscheint. Wann wir das endlich zähmen können. Denn es soll ja früher oder später Ark Ascended kommen. Und vorher sollte ja dann hoffentlich noch diese schöne Mücke hier erscheinen. Das heißt, je länger das noch dauert, desto länger wird wahrscheinlich dann auch der Release von Ark Ascended noch dauern. Würde ich mal annehmen. Schauen wir mal, was Wildcard da in den nächsten Wochen so bekannt gibt. Das war es aber erstmal von den neuen Rinio Gnatas. Ich hoffe natürlich, euch hat das kleine Special gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.